Ich begrüße euch, begrüße sie bei einer weiteren Runde beim Digitalkompass. Heute haben wir André Schlegel zu Gast von der Blister, da wird er auch noch später was zu sagen. Und wir haben das spannende Thema, wie nutzen Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung den Videokonferenzsysteme, wie zum Beispiel das System, was wir heute nutzen. Hallo Herr Schlegel, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, ich begrüße sie auch in der Runde. André Schlegel, mein Name von der Deutschen Blinden Studienanstalt in Marburg. Ich werde in meinem kleinen Vortrag, ich werde jetzt hier keine PowerPoint-Präsentation so irgendwie von hinten nach vorne abspulen, sondern ich werde zwischenzeitlich mal meinen Bildschirm teilen und werde Ihnen so zwei, drei Bilder zeigen, um nachvollziehbar klar zu machen, wie, worin sich die Videokonferenzsysteme unterscheiden, so die gängigen. Ich habe mir da jetzt neben Zoom, in dem sitzen wir ja gerade, da kann man sich das ja schon selber erschließen, noch drei weitere mitgebracht. Das wäre dann Microsoft Teams und WebEx, also Cisco WebEx und das vierte im Bunde wäre dann, also neben Zoom hier, das Big Blue Button. Nun sollte der Desktop, es sollte auch was zu hören sein, Herr Steinke. Moment, sehe ich nur was. Ja, okay. Desktop, Desktop. Jetzt hören wir was. Ah, okay, perfekt, ja. So, das heißt, ich habe jetzt, ich drücke jetzt gerade die Tastenkombination für die Vergrößerung. Teilnehmer können jetzt ihren Bildschirm sehen, Benachrichtigung. Ja, das war jetzt, glaube ich, zu hören, ne? Das war sehr gut zu hören. Ja, genau. Teilnehmer sehen jetzt ihren Bildschirm. Das war jetzt ein Hinweis des sogenannten Screenreaders. Wenn einem die Stimme nicht gefällt, kann man die natürlich auch verändern, wenn man das möchte. Ich habe jetzt hier den freien und kostenlosen Screenreader, also die kostenlose Bildschirmauslesesoftware N, also wie Nordpol, VDA. Das ist die Abkürzung für Non-Visual Desktop Access. Also sozusagen der nicht visuelle, zugreifbare Desktop, wenn man das mal so frei übersetzt. Und das Programm ist, wie gesagt, kostenlos, kann man sich herunterladen. Es gibt natürlich noch einen, es gibt natürlich noch andere Screenreader, die horrend teuer sein können, wie JAWS, also JAWS geschrieben. Jedenfalls sagt dieser Screenreader dann eben sämtliche Sachen an, die in der Konferenz oder generell auf dem Bildschirm passieren. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel in Zoom bin, ich kann zum Beispiel in den Arbeitsplatz gehen und dort kann ich mich bewegen. Das hat einfach den Sinn, dass mir hier eine Liste angesagt wird. Und man sieht jetzt hier auch um das entsprechende Element herum einen Rahmen. Und genau dasselbe passiert auch dann im Zoom-Fenster selber, also in der Videokonferenz selber, dass man dort alles eben vorgelesen bekommt und dann entsprechend sich den Inhalt so zugänglich machen kann. Das heißt, man würde auch hören, ob man stumm geschaltet ist oder auch, ob man die Kamera ein- oder ausgeschaltet hat. Das würde einem dann auch vorgelesen. Wobei natürlich darauf ankommt, wie gut der Screenreader, also die Bildschirmauslesesoftware, wie gut das mit dem Videokonferenzsystem harmoniert. So, ich habe jetzt NVDA hier an dieser Stelle mal beendet und möchte Ihnen die grundsätzlichen Unterschiede zu den Videokonferenzsystemen zeigen. Und zwar haben wir, ich muss da mal gucken, oben kommt das. So, Sie wundern sich vermutlich, also ich habe getestet, dass Sie den Chat sich auch vorlesen lassen, weil ich habe einen Link geteilt zum Wikipedia-Artikel zu NVDA. Ja, okay. Also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nochmal nachlesen, was das für eine Software ist und da gibt es dann auch Links, wo man diese Software findet. Ja. Das war das, was da gerade eingeblendet wurde quasi, als ich das im Chat geteilt habe. Sorry. Ne, kein Problem. Also für die Leute, ich habe jetzt mal kurz meine Bildschirmlupe wieder ausgestellt. Für die Leute nämlich, die das vielleicht noch nicht kannten, man kann das, wie ich ja eben schon sagte, das erste Mittel der Wahl bei einem Sehbehinderten ist die Vergrößerung und die kann man aktivieren. Dann in Windows geht das mit der Start-Taste und Plus. Also wenn die Start, die Windows-Taste gedrückt hält und dann dieses Plus-Zeichen drückt, ob das jetzt auf dem Nummernblock ist oder das Plus-Zeichen neben der Enter-Taste ist egal. Und dann vergrößert sich automatisch das Bild, wie jetzt hier in dem Fall. Ich kann dann mit einem weiteren Druck von der Windows-Taste Plus, kann ich das noch weiter vergrößern, noch weiter vergrößern, immer weiter. Das geht, glaube ich, bis 1000 Prozent heißt der Wert. Ich kann das natürlich auch wieder verkleinern. Ich kann auch Windows-Taste Minus drücken. Wieder Minus, 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 Minus. Ich kann auch bestimmen, dass der Hintergrund, im Moment habe ich das so bei mir, dass der Hintergrund schwarz ist und der Text weiß. Das ist die Bildschirminvertierung, Farbumkehr. Und die kann ich deaktivieren oder aktivieren, indem ich STRG, ALT und I wie Ida drücke. Dann wechsle ich eben jetzt hier in meinem Fall von der Invertierung in den normalen Farbmodus. Diese Windows-Bildschirmlupe, die kann man auch wieder ganz einfach mit der Tastenkombination Start und Escape beenden. Oder sie auch wieder starten mit eben Windows-Taste und Plus. Also Windows-Taste Escape beendet und Windows-Taste Plus startet. Und wie komme ich jetzt auf diese ganzen Tastenkombis? Naja, nicht nur das schnelle Bedienen einer Bedienungshilfe quasi sorgt dafür, dass man sein Werkzeug oder seine Technologie, seine Hilfstechnologie schnell bedienen kann. Nein, auch bei Videokonferenzsystemen ist das ein zentrales Thema. Tastenkombinationen sind immer, immer ein Zeugnis von Professionalität. Das sieht man auch bei modernen Kreativitätsprogrammen, zum Beispiel in der Medienlandschaft. Dass Programme wie InDesign oder Photoshop oder Pro Tools und sowas, also alles Programme, mit denen man Zeitschriften erstellen kann oder Fotos bearbeiten kann oder eben Audio-Material herstellen kann. Diese Programme sind ausgestattet mit hunderten, und das ist nicht übertrieben, hunderten von Tastenkombinationen. Genauso wie auch das freie, ich sag jetzt mal Musikprogramm Audacity. Das hält auch ziemlich viele Tastenkombinationen bereit und man kann hier auch welche selbst erstellen. Und genauso haben wir das bei Zoom eben auch, in dem wir uns jetzt hier gerade ja befinden, dass wir dort auch bestimmte Aktionen mit Tastenkombinationen auslösen können oder auch diese wieder deaktivieren. Und Tastenkombinationen werden noch weitaus wichtiger, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Programme, dass verschiedene Videokonferenzsysteme unterschiedliche Aufmachungen haben. Also das Zoom kennen Sie ja bereits von der einen oder anderen Veranstaltung. Wir haben an der unteren Seite, ich mache dazu mal kurz meinen Bildschirm wieder weg, damit Sie dann sich den Überblick wieder verschaffen können. Sie kennen das bei Zoom, dass Sie, egal ob jetzt mobil, also auf dem Tablet oder auf dem Smartphone oder jetzt hier auf dem PC, Desktop, unten am unteren Bildschirmrand sind immer die Schaltflächen angeordnet für das Mikrofon, die Kamera, die Teilnehmer zum Beispiel oder auch der Chat mit der Sprechblase, die jetzt im Moment auch zwei zeigt, also zwei Nachrichten. Das sind die zentralen Steuerelemente für das Meeting. Dann haben wir in der Mitte den großen Bereich, wo jetzt mein Name steht in dem Moment, beziehungsweise der Name des aktiven Sprechers, beziehungsweise der sprechenden Person. Und oben drüber haben wir eine kleine Leiste mit Kacheln, wo die verschiedenen Konferenzteilnehmer abgebildet sind. Weiter rechts haben wir dann, je nachdem, ob man das geöffnet oder geschlossen hat, gibt es die Teilnehmerliste oder auch zum Beispiel den Chat. Man kann ja auch beides auf einmal öffnen. So, und wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, dass dieses Programmfenster von Zoom ja doch ein ziemlich mächtiges ist, das ist bei anderen Videokonferenzsystemen nicht unbedingt anders. Es gibt natürlich welche, die noch weniger Inhalt haben. Das zeige ich auch gleich nochmal. Und hier in dem Fall ist es so, dass, wenn man ein komplexeres Programmfenster hat, dass dort Tastenkombinationen unabdingbar sind. Diese Tastenkombinationen, die kann man auch nachschlagen bei Zoom zum Beispiel. Also entweder man gibt das in Google direkt ein oder man öffnet die Zoom-Programm-Einstellungen und kann dort dann auf den Punkt Tastenkürzel gehen. Am einfachsten, wenn man das jetzt aus der Konferenz heraus machen wollte, kann man zum Mikrofonsymbol gehen und dort gibt es einen kleinen Pfeil auf der rechten Seite von dem Mikrofon. Dieser Pfeil zeigt nach oben, wenn man den anklickt, öffnet sich nach oben hin eine Ausklappliste und dort gibt es den Punkt Audioeinstellungen. Dieses Fenster ist dann aber auch zeitgleich das allgemeine Einstellungsfenster. Dort haben wir dann auf der linken Seite die einzelnen Punkte wie Allgemein, Video, Audio und dort gibt es dann weiter unten in der Liste dann auch den Punkt Tastenkürzel. Und so kann man dann eben auch nachlesen, dass zum Beispiel die Tastenkombination Alt A, also in Zoom jetzt, Alt A sorgt eben dafür, dass das Mikrofon deaktiviert wird, aber auch wieder aktiviert wird. Und diese Tastenkombination bekommt man zum Beispiel auch angezeigt, indem man, wenn man mit der Maus drüber fährt oder mit dem Screenreader die Tastenabfolge einfach durchnavigiert, mit der Tab-Taste zum Beispiel, also der Tabulator-Taste, bekommt man das auch angesagt. Das zum Beispiel dann auch, um das Video zu starten, muss man Alt V drücken zum Beispiel und somit kann man dann ganz schnell agieren und da seine Aktionen entsprechend auslösen. Nun, dass Programme auch ein bisschen anders gestaltet sein können als Zoom, zeige ich jetzt, ich gebe jetzt nochmal meinen Bildschirm frei, mit der aktiven Vergrößerung. Und, ah ja genau, habe jetzt hier schon, genau, jetzt ist das freigegeben. Nun zeige ich mal, wie das Videokonferenzsystem Microsoft Teams aufgebaut ist. Das sieht man dann hier. Ich habe jetzt mal ein bisschen rausgesoomt. Dieses Programm ist, das sieht erstmal einfacher aus, hat aber auch so seine Tücken. Also ich zoome jetzt gerade mal wieder rein in das Programm. Und man wird sehen, es ist weniger kontrastreich, dieses Programm. Es ist zwar auch einfach aufgemacht. Also wir haben, anstatt, dass die Steuerelemente unten sind, haben wir sie hier oben. Also wir haben hier oben so Symbole, wie Chat und Personen heben, also für die Hand heben. Wir haben hier so Piktogramme auch dazu. Wenn man das weiß, ist das gut. Microsoft Teams hält hier auch einige Tastenkombinationen bereit. Aber das kann, wie gesagt, seine Tücken haben, weil der Kontrast und die Schrift selber ist dann nochmal um einiges kleiner. Genauso haben wir dann auf der rechten Seite, das ist dann wieder etwas, was ähnlich ist. Wir haben hier auf der rechten Seite dann Teilnehmer. Diese Liste hier, diese Teilnehmerliste, die muss natürlich auch eingeblendet werden. Was dann wiederum nett ist bei Microsoft Teams, ist dann zum Beispiel dieser Strich hier unterhalb von Personen. Also das zeigt mir eben an, dass diese Ausklapplichte, also dass Teilnehmer eben ausgeklappt ist. Und man hätte sich jetzt noch natürlich darauf einigen können, zu sagen, diese Schaltfläche soll auch Teilnehmer heißen. Weil hier steht Personen dran und rechts auf der Seite steht Teilnehmer. Das ist so ein bisschen inkonsistent und da hätte man jetzt sagen können, okay, man hätte das schon gleichmäßig machen können. Interessanterweise sieht man hier auf der rechten Seite wieder oben in der Leiste die Symbole Kamera, Mikro und Teilen, also das Teilen von Bildschirminhalten. Die sind jetzt um einiges kontrastreicher gestaltet. Ich denke, das wird schon seinen speziellen Grund gehabt haben, um zu zeigen, das sind die aller, aller, allerwichtigsten Funktionen, was ja im Prinzip auch stimmt. Wobei das Einsehen der Teilnehmerliste ja genauso gut interessant sein kann oder auch das Verfassen von Chatnachrichten. Das wäre jetzt Microsoft Teams an der Stelle, was zum Beispiel wieder aufgeräumter und Zoom-ähnlicher wirkt, ist Cisco WebEx. Das ist das Programm hier. Ich zoome jetzt gerade wieder raus. Und man hat jetzt am unteren Bildschirmrand die Elemente zum Stummschalten und auch Video einschalten. Ich zoome jetzt wieder rein. Das beginnt hier ganz links an der Seite, sodass man hier auch Untertitel hätte einschalten können. Man kann hier das Audio verbinden bzw. Stummschalten, Video stoppen oder freigeben von Bildschirminhalten. Auch hier habe ich einen Aufzeichnungsschalter und weiter daneben zum Beispiel auch das Handheben. Diese Symbole sind natürlich jetzt, also gerade dieses Handhebensymbol ist jetzt auch nicht das Größte, aber man sieht halt trotzdem, dass diese Symbole voneinander abgesetzt sind. Natürlich kontrastreich her geht immer, so wie jetzt dieser Schalter hier zum Verlassen der Konferenz, dieser rote Schalter mit dem X. Was natürlich jetzt im Gegensatz zu Zoom auch nicht ganz so optimal ist, ist dann das Feld Teilnehmer, also dass das nicht beschriftet ist. Das hätte man theoretisch auch machen können, aber dafür gibt es ja auch zum Beispiel Anleitungen oder Schulungen zu Videokonferenzsystemen, um sich halt eben mal so ein System auch kennen zu lernen. Und hier eben ähnlich wie bei Teams eben auch, wird mir hier angezeigt, dass ich gerade eine Schaltfläche aktiv angeklickt habe. Hier habe ich so einen blauen Kreis um die Schaltfläche herum. Und somit sieht man dann auch tatsächlich, das ist auch wieder so ein bisschen harmonisiert, dann im Idealfall auf der rechten Seite dann die Teilnehmerliste. Die ist jetzt hier in dem Fall nicht zu sehen, weil das Programmfenster war hier in dem Fall zu groß. Man sieht aber, und das ist etwas, was bei den anderen Videokonferenzsystemen so nicht vorherrscht, wir haben hier an der ganz oberen Seite ein Menü à la Windows Fenster, also so mit Datei und Bearbeiten, Freigeben, also alle Funktionen, die man unten machen kann, gehen auch oben über diese Menüleiste, dass man sich eben auch die Teilnehmer anzeigen lassen kann und Einstellungen vornehmen kann. Das sind jetzt mal so Videokonferenzsysteme, die über eine Software funktionieren, also über ein eigenes Programm. Aus der Reihe fällt hier das System BigBlueButton. Rein von der Aufmachung her ist das ähnlich gemacht wie andere Videokonferenzsysteme auch. Also wir haben hier, ich zoome jetzt wieder rein, die Schaltflächen am unteren Bildschirmrand, also dass man hier zentral unten das Mikrofon ein- und ausschalten kann. Der Vorteil ist natürlich, das ist übrigens bei WebEx auch so, auch wenn man nur Piktogramme sieht, wenn man mit der Maus drüber fährt, dann bekommt man so einen kleinen Tooltip, also einen kleinen Hinweis angezeigt, Mikrofon stumm schalten oder eben Mikrofon oder eben Teilnehmer anzeigen zum Beispiel. Und das ist jetzt bei BigBlueButton auch so. Und hier ist das Kontrastverhältnis dann schon stärker, wenn die Schaltfläche angeklickt wird und der Schalterzustand ändert sich auch eben. Das ist so, worauf es auch eben drauf ankommt. BigBlueButton, natürlich WebEx auch, verfügen auch über gewisse Tastenkombinationen, um Aktionen schnell auszuführen, wobei aber die Videokonferenzsysteme sich natürlich da voneinander unterscheiden. Das eine System hält mehr bereit, das andere weniger. Und bei BigBlueButton ist noch die Besonderheit da, dass dieses System nur über einen Webbrowser funktioniert. Also da kann es nämlich dann sein, dass manche Tastenkombinationen so nicht funktionieren. Das heißt dann für Sehbehinderte, um ein Videokonferenzsystem optimal nutzen zu können, ist einfach, dass man sich merkt, die Schaltflächen zur Steuerung der Videokonferenz sind entweder oben oder unten angebracht, dass man das sich mal so kurz die Abfolge durchgeht, wo die sich befinden. Und die Teilnehmerliste bzw. der Chatbereich befindet sich in den überwiegenden Fällen am rechten Bildschirmrand. Hier bei BigBlueButton ist die Besonderheit, dass das alles sich links befindet. Und dann, dass man sich vergegenwärtigt, okay, wenn einem das System zu kompliziert ist, macht da wirklich eine Mausbenutzung noch Sinn? Oder bin ich mit Tastenkombinationen nicht sogar schneller, wenn das Fenster zu komplex ist? Das sind so die zwei zentralen Punkte, die man für Sehbehinderte mitgeben kann, wenn es um die Benutzung von Videokonferenzsystemen geht. Also Verwendung von Tastenkombinationen und sich die Programme... Also wie er sich noch hält, ist ein Wunder. Wie war das Zwischenwort? Ein Wunder? Nein, ich glaube, Herr Schnorr, Siegbett ist unterwegs und macht ein Teil über das Smartphone und kommt immer an das Hörerschen. Ja. Aber er schaltet sich auch immer schnell wieder stumm. Nee, kein Problem. Das habe ich auch gesehen. Der Bildschirm ist ja sehr klein beim Smartphone. Da muss man schon richtig zielen, um das Hörerschen zu treffen. Das ist so. Ja, also das wäre jetzt auch so mein Ende, zumindest das grundsätzliche Ende von meinem Impulsvortrag, was das angeht. Aber natürlich, wenn es so akute Fragen gibt und sowas, ja, sehr gerne. Ich habe schon gleich drei notiert. Sehr gut. Das Erste ist, das ist natürlich super, das mit den Tastenkombinationen. Ich habe das auch gesucht. Bei den Einstellungen, kann man das als Teilnehmender selber für sich einstellen oder müssen die Veranstalter vorher etwas freischalten? Also sprich, hat jeder Client von Zoom die Möglichkeit oder muss man das im Backend freigeben? Ja, das kann jeder für sich selbst einstellen. Das kann man, wenn man in die Einstellungen reingeht, das ist tatsächlich bei jedem dann individuell. Das ist super. Ich habe das nämlich gerade bei mir nachvollzogen. Also ich bin dann auf das Hörerschen gegangen oder die halb geschilderte Banane, wie man auch sagt. Und dann gibt es Audioeinstellungen. Dann geht ein Fenster auf. Und dann sieht er sogar unten gibt es Zugänglichkeit. Da könnte man nochmal die Untertitel vergrößern, wenn man das möchte. Und da drüber gibt es den Reiter oder die Schaltfläche Tastaturkürzel. Und da hat man dann ganz, ganz viele. Mittlerweile kann man in Zoom auch selber seine Tastenkombination einstellen. Das war nämlich, ja, vor Längerem war das nicht möglich, dass man das bei Zoom alleine so einstellen kann. Da waren die starr festgelegt. Und bei WebEx zum Beispiel, da kann man schon sehr lange die Tastenkombination auch für sich eigens definieren. Das hat ja vor allem den Grund, hat man nicht nur eine Sehbehinderung, sondern auch eine körperliche Einschränkung dahingehend, dass man vielleicht mit den Fingern nicht so flink ist und dass man dann eine Tastenkombination sich überlegt, wo die Tasten sehr eng beieinander liegen. Dass man nicht eben sich verrenken muss, wie wenn man der nächste Beethoven sein möchte oder so. Und so kann man dann sich das schön selbst auch konfigurieren. Das ist nochmal ein guter Hinweis und als Ergänzung für die Menschen, die Untertitel nutzen, wenn man ein Meeting ansetzt, dann muss man das vorher in den Einstellungen zweischalten. Also das ist bei Zoom leider so, das ist nicht automatisch dabei, die Untertitel. Da muss man, bevor man ein Meeting plant, in die Einstellungen gehen und da ein Häkchen setzen. Das war jetzt der Werbeblock für unseren weiteren Partner Deutscher Schwerhörigenbund. Dankeschön. Und ich hatte ganz zu Anfang noch eine Frage, aber da können wir vielleicht zum Schluss drauf eingehen. Sie sagten ja, Sie arbeiten auch in der Hörbibliothek. Kann man diese Bücher auch online ausleihen? Ja, geht auch. Wir haben auch unter katalog.blister.de kann man sich umfänglich über unser System informieren. Ich habe diesen Link auch mal so in den Chat geschrieben. Also man kann den auch so kopieren und sich dann entsprechend im Browser eingeben. Dort unter katalog.blister.de kann man sich eben über unsere Hörbücherei, über unser Angebot generell informieren und dort dann sich auch mal Hörproben schon anhören. Auch wenn man nicht Mitglied bei uns ist oder so, die Bücher ausgeliehen hat, kann man da schon Hörproben anwählen. Also man kann da wirklich frei nach Titel suchen. Was wir erweitern werden, ist sogar eine Punktschrift, einen Punktschrift-Download, sodass man auch eine Möglichkeit hat, elektronisch Punktschrift auszuleihen. Also als Punktschrift-Datei quasi. Und genauso geht das mit den Hörbüchern jetzt schon länger. Geht nicht nur über die Website katalog.blister.de, sondern auch über die sogenannte Leselust-App. Das ist ein Programm, das man über iPhones bedienen kann, also auch Tablets, also alle iOS-Geräte, ob jetzt iPad oder iPhone oder auch Android. Also wenn man jetzt ein Samsung-Handy hat, Android-Handy oder ein Tablet, dann kann man sich die Leselust-App entweder aus dem Play Store oder aus dem App Store von Apple herunterladen. Und als dritte Zugänglichkeitsmöglichkeit haben wir das sogenannte Programm BliBoo, also B-L-I-B-U, BliBoo, Blindenbücherei, so kann man das sagen. Das ist nochmal ein spezielles Programm. Es ist ein PC-Programm, das quasi den Katalog, den man auf der Website hat oder in der Leselust-App, nochmal als einfaches PC-Programm aufmachen kann. Und als viertes haben wir ein Alexa-Skill, einen sogenannten Alexa-Skill. Das heißt, wenn man bei Alexa sagt, Alexa, öffne Leselust, dann bekommt man gleich unseren Katalog präsentiert. Und dort kann man dann auch nach Titel und sowas suchen. Habt ihr noch Fragen sonst an Herrn Schlegel? Hier keine Fragen, sondern nur noch ein Hinweis. Man sollte bei den Einstellungen vermeiden, die Hintergrund-Einstellungen zu aktivieren. Verwischen ist also, denke ich, bei SU auch so eine Geschichte, weil das frisst Bandbreite und Wäscheleistung ist überflüssig. Und es stört sogar, es beeinträchtigt, sehbeeinträchtigt. Das stimmt wirklich. Also es gibt ja die Möglichkeit bei vielen Programmen, dass man, wenn man jetzt nicht sehen möchte, dass das Bücherregal unaufgeräumt ist, dann schaltet man bei dem Video zum Beispiel ein Verwischen ein. Und dieses Verwischen ist für Menschen, die eine bestimmte Sehbeeinträchtigung haben, sehr irritierend, weil man dann nicht mehr genau die Umrisse des Kopfes wahrnehmen kann. Und ich habe jetzt gelernt, es frisst auch Bandbreite Rechenleistung und produziert damit CO2. Also wenn ihr es könnt, halt vermischen, vermeiden und lieber eine Europafahne aufhängen. Ich sehe, es gibt hier nur noch Zuspruch im Chat. Also ein herzliches Dankeschön und war sehr interessant. Hat viel Spaß gemacht. Also ich glaube, das gebe ich einfach weiter. Und da Sie ja die Häschenöhren sehen können, sehen Sie auch das große rote Herz. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Super. Und ich kann schon ankündigen, das war nicht die letzte Runde mit Herrn Schlegel. Wir werden uns auch wiedersehen, wiederhören. Und da werden Sie noch ein bisschen mehr erzählen, was zum Beispiel halt die Geräte schon von sich aus hergeben. Also wir haben ein bisschen gelernt, dass man auch bei Winsos schon was findet, wie die Lupe oder auch den Kontrast zu invertieren. Das werden wir nochmal vertiefen in einer späteren Runde Termine. Kommen werden dann wieder beim Digital Compost unter Terminen halt angekündigt. Also herzliches Dankeschön. Es war wunderbar. Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. Danke. Für heute sind wir durch. Ja, aber wir sehen uns ja wieder. Auf jeden Fall. Genau, was die Bordmittel angeht, beschränken wir uns doch nicht nur auf Windows, sondern wir können das auch mit Mac machen, also Apple zum Beispiel oder auch bei Smartphones. Das ist alles gar kein Problem. Sehr, sehr gerne. Da freuen wir uns drauf, weil das ist einfach das, was viele gar nicht wissen, was aber die Geräte schon hergeben und die machen das Leben leichter. Das sollte man. In diesem Sinne noch eine schöne Woche und alles Gute. Es war wunderbar. Herzlichen Dank. Bis dann. Jawohl. Tschüss. 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 Tschüss.